Ganz Europa sitzt momentan daheim in Quarantäne. Das ist natürlich perfekt, um seinen ganz persönlichen Pile of Shame aufzuarbeiten und endlich mal die Spiele zu spielen, die man sich in irgendeinem Cell geholt, aber noch nicht angefasst hat. Wenn ihr trotzdem auf der Suche nach neuen Spielen seid, die euch die Langeweile in der Quarantäne vertreiben, habe ich hier eine kleine Liste mit Vorschlägen für euch, welche Spiele ihr endlich mal spielen könnt. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, lasst doch ein Abo da und los geht's! Ein Klassiker, der bestimmt schon bei den meisten in der Steam-Bibliothek zu finden ist, ist die Städtebausimulation City Skylines von Colossal Order. Hier baust du eine Stadt und musst dabei alle Bedürfnisse deiner Bewohner ausreichend befriedigen und gleichzeitig deine Stadt- und Verkehrsplanung optimieren, damit du keinen Verkehrsinfarkt deiner Stadt riskierst. Auch alle, die schon vor einiger Zeit City Skylines gespielt haben, sollten mal wieder einen Blick darauf werfen, denn vergangene Woche wurde das DLC Sunset Harbor veröffentlicht, das auch ein kostenloses Update mit einigen neuen Funktionen, wie die Möglichkeit das Metro-Netz auch überall durchzuverlegen oder ein neues Gesundheitssystem, mit dem deine Sims versorgt werden wollen, beinhaltet. Wem eine Stadt allein nicht ausreicht, der kann gleich in Zivilisation, ein ganzes Reich von der Steinzeit bis in das Informationszeitalter führen und muss sich dabei gegen andere aufstrebende Herrscher behaupten. Dazu muss man in strategischen Positionen Städte gründen, Ressourcen verwalten und mit anderen Zivilisationen handeln. Und wenn man mit all dem nicht weiterkommt, steht einem auch noch die militärische Lösung offen. Civ bietet einem mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Neben dem klassischen Wissenschaftssieg oder dem militärischen Sieg, kann auch schon das Gründen und Führen der größten Weltreligion zum Sieg führen. Dieses Spiel wird vermutlich schon jeder Strategie-Fan haben, aber für alle, die das Spiel noch nicht haben, oder bisher noch nichts mit Strategiespielen anfangen konnten, sollten mal für eine Runde reinschnuppern. Und für noch eine. Und noch eine. Und auf einmal ist aus einer Runde ein ganzer Tag geworden. Stellt euch mal eine weltweite Pandemie vor, die sich unaufhaltsam ausbreitet. Gut, es ist ja quasi aktuell der Fall, aber jetzt stellt euch mal vor, wir haben nicht 2020, sondern 1349 und die Krankheit heißt doch nicht Corona, sondern Pest. Und als ob das alles noch nicht ausreichen würde, müsst ihr auch noch mit eurem kleinen Bruder vor der Inquisition fliehen. Genau dabei müsst ihr Amikia und Hugo im Spiel A Plague Tale Innocence helfen. Auf ihrer Reise treffen sie auch andere Kinder, die das gleiche Schicksal verbindet und müssen immer wieder neue Schwierigkeiten bewältigen. Das Spiel hat eine wunderschöne Geschichte und wenn man aus dem Spiel wieder auftaucht, merkt man vielleicht, dass unsere Situation eigentlich gar nicht so katastrophal ist, wie es einem vielleicht vorkommt. Was tun wir tun? Schon länger dürfen Konsolenspieler dieses Meisterwerk von Rockstar Games genießen und seit Ende letzten Jahres können auch PC-Spieler durch die Prärie von Red Dead Redemption 2 reiten. Im Story Mode erlebt ihr eine Geschichte rund um eine Banditengruppe, die sich dem Wandel der Zeit nicht ergeben möchte und mischt dabei so einige Dörfer auf. Aber auch abseits der Story lässt sich in der weitläufigen Open World einiges erleben. Immer wieder trifft man auf zufällige Ereignisse, die dazu beitragen, dass sich die Welt von Red Dead Redemption unglaublich lebendig anfühlt. Im Online-Modus könnt ihr diese Ereignisse sogar mit euren Freunden erleben. Jeder, der auf der Suche nach einem außergewöhnlichen AAA-Titel ist, sollte sich dieses Spiel einmal anschauen. Nach PUBG, Fortnite und Apex Legends folgt nun ein weiterer Battle Royale-Titel. Der Ableger Warzone des neuen Call of Duty's Modern Warfare führt momentan zu einer großen Begeisterung unter Battle Royale und Shooter-Fans. Warzone bringt einige neue Features mit, so kann man, wenn man gestorben ist, einmalig ein NPC besiegen und wird zurück in das Kampfgeschehen geworfen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Titeln springt man nicht mit 100 Spielern in das Geschehen, sondern muss sich gegen ganze 149 andere Spieler durchsetzen. Da Warzone kostenlos spielbar ist, sollte jeder das Spiel einmal ausprobieren. Wer einmal die Seiten tauschen möchte und selbst als Krankheit die Menschheit auszulöschen versucht, der kommt am Plague Inc. nicht vorbei. Das Spiel, das ursprünglich für Android und iOS erschienen ist, hat schon vor einiger Zeit einen PC-Ableger mit einigen Verbesserungen bekommen. Im Zuge der beginnenden Epidemie hat die chinesische Regierung kurzerhand das Spiel in China verboten. Im Spiel steuerst du die Krankheit indirekt, indem du ihr Eigenschaften, wie Resistenzen und Symptome gibst und weiterentwickelst und so die ganze Menschheit vernichtest. Wenn da nicht immer Grönland wäre. Ich glaube, ich wandere aus. Bin ich wenigstens sicher vor Corona. Begegnung. Bedeutung. Bedeutung. Social Distancing lautet das Gebot der Stunde. Schulen werden geschlossen, Ausgangssperren verhängt, soziale Kontakte reduziert. Wer dennoch die Interaktion mit anderen erleben will, der kann sich in Sims 4 warten. Ich denke, die Sims sollte ja eigentlich jeder kennen, aber für alle, die hinter dem Mond leben, hier einmal eine kurze Zusammenfassung, um was es geht. Ihr erstellt und steuert Sims, die mit anderen Sims interagieren können und Beziehungen aufbauen können. Gleichzeitig müsst ihr euch um die Bedürfnisse eurer Sims kümmern, oder aber ihr überlasst sie einfach sich selbst und schaut zu, wie sie langsam aber sicher verkommen. Aber so sadistisch wird ja wohl keiner sein, oder? Um die Versorgung mit Lebensmitteln, aber vor allem Schutzmasken und Klopapier sicherzustellen, sind tausende LKWs auf Europas Straßen unterwegs. Falls ihr selber einmal erleben wollt, über die Straßen zu brettern und Waren von A nach B zu bringen, dann ist der Euro Truck Simulator 2 genau das Richtige für euch. Im ETS müsst ihr euer eigenes Speditionsunternehmen gründen und auch selber Waren transportieren. Im Standardspiel steht euch dafür eine Deutschlandkarte mit den größten deutschen Städten zur Verfügung, zu denen ihr liefern könnt. Mit etlichen DLCs könnt ihr die Karte erweitern und beispielsweise nach Polen, Frankreich oder Italien liefern. Oder ihr holt euch eine der wunderschönen designten Community-Karten aus dem Workshop. Mit der Truckers MP-Mod könnt ihr sogar zusammen mit euren Freunden die Autobahnen unsicher machen. Wenn ihr schon immer euren eigenen Zoo leiten wolltet, dann solltet ihr euch unbedingt Planet Zoo kaufen. Der geistige Nachfolger von Planet Coaster trumpft mit einer detaillierten Grafik auf, mit der ihr jede Haarsträhne eurer Zootiere beobachten könnt. In eurem Zoo müsst ihr eure Besucher glücklich machen und sie möglichst nah an die Tiere heranlassen. Auf der anderen Seite müsst ihr euch um die Bedürfnisse eurer Tiere kümmern und auch einen Rückzugsort abseits der Zuschauermassen anlegen. Ja! Es ist gesund all dascontroliert wird, aber nicht. Es kam感 auch auf der andere Seite. Wille istס sweptiert, was auch die Schmerzen noch der Wind IQ am Drei cheerna schöne Schmerzen habt! Sind du das denn, estava schön im Fernsteхöl auf den Weg. Und dass du sie in diesem Video gemacht haben soll sich nicht wus wusste, warum gut仍 wurde vergessen? Wer auf Loot-Shooter und stundenlangen Grind für bessere Items steht, der muss seine Quarantäne unbedingt in Borderlands 3 verbringen. Die Story ist wie in jedem anderen Serienteil unglaublich witzig und ironisch. Auch trifft man den einen oder anderen Bekannten aus vorherigen Serienteilen wieder. Aber wie gesagt, Borderlands 3 ist vor allem Loot-Shooter, das heißt ihr müsst Massen an Gegnern eliminieren und so immer bessere Waffen und Ausrüstung zu farmen, bis ihr irgendwann in eine Loot-Spirale fällt und die bessere Ausrüstung nur so sprudelt. Borderlands 3 bietet auf jeden Fall Spielspaß für etliche Stunden. Borderlands 4 Ich hoffe meine Spieltipps helfen euch die Quarantäne ohne Langeweile zu überstehen. Das könnt ihr mir ja mit einer Bewertung für dieses Video zeigen. In diesem Sinne, bleibt gesund und vor allem bleibt daheim. Das wollen wir ja mit dem Kanal vamos. Bis zum nächsten Mal. Ruby visitors the they